Vielen Dank Das sieht natürlich auch wieder einladend aus wie die Sau Ich kann es kaum erwarten Hier muss Scheißhaufen bei diesem Krabbelviech uns begegnen Da sind sie nämlich auch schon Oh Gott Lass doch den Mund zu, Mann Ach guck mal, die sind nur 2D Die sind nur ganz schwach animiert Die tun dir nichts Die tun dir nichts Ah, okay Sieht so aus, als müssten wir hier hoch Ich freu mich Mega Zoe Armselig Armselig Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schrei ich dir die Brust ab und so wäre sie als Steak Ekelhaft Was sollen da die einzelnen Caps dazwischen? Verstehe ich nicht Ähm, Rabenschlüssel fehlt uns noch Keine Chance So, und hier haben sie das letzte Mal Mia erwischt in dem Video Geht, 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 geht Einmal habe ich den Ton gekommen Ah, die Kurbel Vielen Dank Sehr schön Zwisch Ops, oder, genau Gab es noch etwas, was ich ausprobieren wollte? Ähm, das war nichts Ne, geht leider nicht Das ist sehr schade Bloß mal kurz was gucken Mr. Everyworth zerstört Okay Steroide verwendet Das wird super Okay Na dann Warum hast du die Kamera ausgeschaltet? Kannst du die Kamera ausgeschaltet? Kannst du die Kamera ausgeschaltet? Können wir da jetzt? Ah, okay Hoffentlich können wir die Kurbel anschließend auch wieder mitnehmen Ja, kennen wir Sehr schön Gucken, wo die Großmutter jetzt rumhängt Schnellste Weg wäre natürlich hier jetzt geradeaus einfach durch Der schnellste Weg ist natürlich wieder zu einfach Kommt ihr da jetzt durch? Gott, da vermisst man fast den guten alten Jack Aber sie kommt da nicht durch, oder? Sie geht weiter Ah, okay Ich glaube, die ist links gerade auf der Gegenspur unterwegs Ich glaube nicht, dass wir da ohne Brennstoff richtig rankommen Junge, ist das ein Riesenbummer da draußen Wenn wir wenigstens das Nest von hier aus zerstören könnten Wenn wir wenigstens nicht nur jeden zweiten Schiff treffen würden Ah Das ist ein Haufen Munition, das hier verschwenden Und ich habe das Gefühl, es bringt nichts Gottverdammte Scheiße Au, au, au Jetzt ist es kaputt, Gott sei Dank Okay Okay Kein Kraut mehr Scheiße Scheiße Einfach hochkurbeln, gucken, dass wir weiterkommen Hoffen, dass wir hinten irgendwas nützliches finden Survival Horror, yay Resident Evil back to the roots Wir wollten das so Wir wollten das so Scheiße Großmutter hat uns gerade verschwindet sehen Ein Krähen-Schlüssel Diese verfickten Münzen, Mann Okay Dann bringt uns das zumindest ein bisschen voran So, hoffentlich Hoffentlich, hoffentlich Hoffentlich Wo komme ich jetzt durchgesprintet? Und dann gehen wir uns mal Großmutter's Altarraum angucken Yay Yay Hab ich da Bock drauf Nicht Großmutter's Mutter Baker Großmutter sitzt in ihrem Rolli und haucht immer wieder auf und guckt Creepy Der G-Man von Resident Evil Oh fuck Oh fuck Shhh Jesus Oh nein Oh nein Down to business. Come here, my prettiest. You're gonna die in this hole? And you're gonna... Kann ich hier raus? Ich will nicht unten bleiben. Hau ab. Ich glaube eher deine Familie ist, dass sie sich hier an Leuten vergeht. Ich glaube eher deine Familie ist, dass sie sich hier an Leuten vergeht. Ja. Ja. Was immer du da unten tust, Lady. Oh Gott. Hätte ich da hingucken sollen? Vermutlich bin ich froh, dass ich nicht hingeguckt habe. Aber jetzt, wo sie weg ist... Ah, nevermind. Willkommen nicht zum Speichern. Okay. Gutes Gespräch. Okay. Der kräncht das. Oh, ah, Leute. Ich hab mich gelacht. Aber es sind keine richtigen Babys. Yay! Keine toten Babys. Target acquired. Okay. Oh Gott. Ich glaube das ist es. Okay. Und jetzt? Das Serum herstellen. Gehirn nerf, Peripherin nerf, versteh ich nicht. Fuck off. Well, did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. Alright. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Yay, denn bisher war alles so einfach. Muss ich jetzt einen Arm suchen? Was ist das hier für ne Schei? Sir. Oh Gott. Eine Voodoo-Puppe. Überragend. 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 11. Oktober. Hab den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Sorry, hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in die Stadt gegangen und er hat mich gerückt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindesvertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein weiterleben gestanden. Was für ein Kind? Oh, ich weiß, wer hier das Kind ist. Okay. Super. Warte, seid ihr die Kinder, die everywhere ist? Ah. Ihr seid die Antike Münze. Ah, ich... Fuckin Mensch, Mann. Oh Gott, wir müssen das Ding auspundeln, oder? Kann das... Besteht die Möglichkeit, dass wir Großmutters Lampe brauchen? Nicht Großmutter, Mama Baker. Ein Globus nehmen. Nein. Das ist das Kind, oder? Ah. Verragend. Nicht so fertig, ey. Oh-oh. Lampel, 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 Lampel. Oh, fuck, mein Leben. Wunderfuck. Das ist speziell. Oh, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich hasse es so. Oh, Gott. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Vorschlag. Hiernach kleine Pausen mit den Horrorspielen. Oh, meine arme kleine Seele hat inzwischen genug gesehen. Vielen, vielen Dank. Hallo. Da lang. Super. Ich will da nicht lang. Ich geh da lang. Tschüss. Stauke ich ihn nicht alle. Genau. Wohnwagen. Da kann man zumindest mal speichern und den ganzen nusslosen Scheiß wegwerfen. Oh. Habt ihr das gesehen, wie viele Beine die hatte? Oh. Wir müssen wissen, dass ich in den verfickten Käfer wandle. Sorry, schon da. Nope. Ah, okay. Münzen weg. Psychotronikum weg. Ich glaub, die Kurbel... Lass, lass doch mal zumindest die Kurbel noch behalten. Anzahl an Speicherständen erreicht. Okay. Kann man sehen mal. Wird gespeichert. Käfer. So müssen es Käfer sein. Hätten das nicht Ponys sein können? Wie wär's... Wie wär's mal damit? Mit einem Spiel über Zombie-Ponys? Hm? Haben doch mal jemanden auf die Idee. Ah. Jesus. Fucking. Sie verliert den Maden, oder? Ein Schatzfoto. Vielen Dank. Oh, Mama Baker. Ich will gar nichts von dir. Wir wollen nur deine Lampe haben. Oh, Gott im Himmel. Oh, Gott. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Können wir nicht? Speicherts. Keine Ahnung, in welche Richtung sie ist. Oh Gott. Liebe und Glückseligkeit. Happy Forks. Die Erwachsenenunterwäsche. Okay. Ja. Ein Tor versperren den Weg. Halt dein Maul. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Na ja. Okay. Das Zeug wird sogar ziemlich wichtig werden, habe ich so das Gefühl. Ah, okay. Irgendwie etablieren, wie viel Brennstoff man genau braucht, um die Viecher von den Kühlen runterzubekommen. Okay, 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 okay. Dann die Treppe nach oben. Unsere Mutter auf uns wartet. Ach, vermutlich ist sie wieder hochverhangen. Oh Gott. Don't you worry, non. Gott. Dammit. Fuck my life, 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 ich bin so richtig verkrampft, ich bin so, boah, ich spür's bis, bis ganz runter. Ach Gott, die Geräusche auch noch, das ist so ekelhaft, Mann. Ein Chemikalium nochmal Brennstoff herzustellen. Das ist so ekelhaft. Was auch immer das bedeuten mag, vielen Dank. Was? Warte, was soll das? Don't be like that, Ethan. Show yourself! Oh, scheiße! What the fuck? Nein, 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 nicht rotovoll. Oh, fuck, 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 fuck. Komm schon, jetzt! Du bist nicht Angst von einer Mädchen, oder? For Evie's gonna be heartbroken. Holy fucking... Oh, ja, okay, ich hab's verstanden. Riesiges Ding auf dem Bauch. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein das entkommen ist eine herrliche subjektiv frau fok oh fok auf ich hab noch ein bisschen was von der guten munition sich runterfallen lassen hat sich wieder hochfallen lassen ah fuck this 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 fuck hat mich jemals erwähnt wie ekelhaft das ist ok unten war irgendwie besser was ich das mal sag von der anderen Seite verschlossen was wird das, wenn es fertig ist, vielen Dank hä? spinnst du da? ah nein, eher blut sponze oh fuck this fuck 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 ganz ruhig Jetzt muss ich nachladen. Mit den Hintern? Geil, wo musst du hin? Wo musst du hin? Wir müssen sie fertig machen. Oh fuck! Ekelhaft! 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 Das ist direkt bei uns! Und das Landwaffe ist leer! Mann, nimm es weg! Ekelhaft! 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 So, eklig! Ekelhaft! 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 Ekelhaft!